Hier habe ich diesmal, wenn ich mich nicht irren sollte, ein Wurfmesser für euch. Das nennt sich Tigra, ist mit Gürtelretuie. Hat ein Gewicht von 36 Gramm, Klingenlänge 9 cm, Gürtelchip aus Nylon, Klingstahl 420er ist jetzt auch nicht wirklich das mega hochwertigste Teil. Es war auch wirklich, wirklich richtig günstig. Also für den Preis kann man einfach mal gar nichts erwarten, weil es hat, hier hat man halt das Gürtelretuie-Teil, für den Preis kann man halt gar nichts erwarten. Wo war ich? Weil es hat grandiose, ich krieg's nicht raus, warum nicht? Ich versuch's einfach mal da an der Seite, zack, es hat grandiose 3,69 Euro gekostet. Ich habe es einfach mitbestellt, weil ich das wieder bei einem Händler bestellt habe, wo ich immer bestelle, da steht MP9 drauf. Ja, von der Seite ist es schroff. So sieht das gute Stück aus, ist halt super dünn. Ich glaube auch nicht, dass man damit auf irgendwas großartig werfen kann, ohne dass das Messer kaputt geht. Aber bei mir dient das Teil auch nur zu Deko-Zwecken und ich sag mal für 3,69 Euro ist es scheißegal. Wenn man es mitnimmt, oh, da müsste auch noch ein Aufkleber dabei gewesen sein von dem Händler, den habe ich jetzt aber nicht gesehen. Aber ist nicht so schlimm. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ich werde das Messer auf jeden Fall verlinken. Das ist ein ganz süßes kleines Ding. Wo war ich? Lass mir einfach ein Like da oder lass mir kein Like da. Abonniert meinen Kanal oder nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann.